Es gibt so viele Menschen mit einer sensationellen Qualität, aber was nützt die beste Qualität, wenn sie nicht gesehen wird? Und ich kriege das immer wieder mit, dass großartige Menschen Großes könnten, aber nicht tun, weil sie und ihre Qualität nicht gesehen werden. Und dadurch verdienen sie dummerweise auch nicht das, was sie eigentlich verdient hätten. Und mein Job ist es, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen und damit Dinge zu erreichen und auch diesen Horizont zu haben, von dem die Menschen selbst gar nicht glauben können, dass sie ihn erreichen. Herr Herrmann erwischt mich auch immer wieder, gerade in diesem Umsetzungsmoment, weil er sagt, hey, jetzt schreibt da nicht irgendwie was auf den Zettel mit, sondern bam. Es ist so relevant, fangt bei der Homepage an, geht über die Social Media Kanäle, geht hin bis zu den Webinaren, geht hin bis zu wirklich anwendbaren Instrumenten. Das ist groß, das ist einfach groß. Das Schöne ist, dass all das kein Zufall ist, das ist Malen nach Zahlen und diese Anleitung haben wir, die zeigen wir, wie du genau dahin kommst, wo du hin willst. Das Einzige, was Menschen beim Malen nach Zahlen machen müssen, sie müssen den Pinsel in die Hand nehmen und dafür sorgen wir. Das war immer so mein Traum. Wie kannst du Menschen in jeder nur erdenklichen Situation ins Tun bringen? Wir sind ja alle mit nichts auf die Welt gekommen. Und dann lernen wir eben das, was es zu lernen gibt. Und das finde ich so herrlich. Du kannst das alles lernen. Und wenn du was nicht kannst, dann kannst du es dir üben, antrainieren oder eben auch kaufen. Aber ja, es braucht etwas, nämlich die Überzeugung, dass du selbst wirksam sein kannst. Wenn du das hast, dann kannst du an dich selbst glauben. Und das ist eine Kraft, die dir so immens ist, weil es öffnet dir Türen, von denen wusstest du vorher noch nicht einmal, dass sie existieren. Ich sehe ja, wie wir Menschen dann Bestsellerlisten erobern, Rankings erobern. Die fahren Umsätze ein. Ja, tatsächlich habe ich durch Herbahn vor allen Dingen erkannt für mich, dass ich mich mehr fokussieren muss. Ich habe mich sofort hingesetzt, eine Woche lang, habe alles notiert und dann auch sofort die Sachen in die Umsetzung gemacht. Wir alle haben Angst. Ich bin einer der ängstlichen Menschen der Welt. Ich kenne das, dass du eben am Geldausgabeautomaten stehst und kein Geld rauskommt und die Karte auch nicht mehr rauskommt. Hermann, das ist ein Mensch, der wirklich radikal ehrlich spricht, der erzählt dir wirklich alles, was man so nicht erzählt bekommt. Wie du, da wo du stehst, jetzt Umsatz generieren kannst. Es werden tausend Dinge schief gehen. Aber weil wir das eh wissen, lasst uns so schnell wie möglich scheitern. Doch gleich jetzt hier und heute. Und dann wächst man und wächst man und wächst man. Das erste Mal live. Wir reden nicht über Sichtbarkeit, wir machen dich sichtbar. Viele Coaches, die gehen nur auf ein Thema. Bei Hermann geht es wirklich von A bis Z. Kanone. Also, ja, der Beste, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Und ich bin sehr froh, dass ich Hermann gefunden habe. Also, ich war auf einem guten Weg, aber das ist die Krone obendrauf. Was ich dann so großartig finde und so sehr schätze, dass die sagen, klar, Hermann war toll, Veranstaltung war toll, aber Team war toll. Dass da eine Masse von Menschen ist, die wirklich ihre Vision auf dem Kopf rein tätowiert haben. Und dieses Tattoo heißt, wir machen andere groß, wir bringen andere Menschen in die Größe. Und sorry, das ist geradezu was zum Heulen, wenn du wirklich merkst, dass das funktioniert. Hermann ist schon großes Kino. Und das finde ich schon schön. Tatatata. Guck mal. Ist das nicht herrlich? Jetzt kannst du mich also schon saufen. Ist doch großartig. Ja, ne? Ja, ja. Aber, aber, aber. Vorsichtig abtrinken und du spürst den Brand auf der Zunge. Sensation. Still mach dir. Wasp. Sensation. Vkins. VINTIMIR.